In gemütlichen Ambiente herzhaftes von zu Hause genießen. Dafür ist schon seit Jahren die Spallerhofdiele der Familie Greinöcker bekannt. Ziel ist es heute das Lokal zu präsentieren, zum Beispiel oder vorzustellen, weil ich glaube, dass viele Gäste bzw. Leute das Lokal noch nicht kennen von ihnen und so. Da gibt es ein Sprichwort, nicht in die Ferne schweifen, weil das Gute liegt vor der Tür und das Gute ist so nah. Wir gefreiten uns, wenn ihr uns sehr reichlich oder zahlreich besuchen würdet. Wir werden uns bemühen, eure Wünsche zufriedenzustellen. Wir freuen uns besonders, wenn sie auch mit Kindern kommen. Wir sind sehr kinderfreundlich. Wer die traditionelle Hausmannskost schätzt, der ist in der Spallerhofdiele an der richtigen Adresse. Ich bin die Wirtin von der Spallerhofdiele, ich bin die Köchin, ich mache alles rundum und um, dass sich die Leute wohlfühlen und wir machen Hausmannskost. Speziell ist die Spallerhofplatten sehr bekannt, die essen sie auch recht gern. Wir haben Prall in der Reihe, Knäle essen, Ritte essen und wir machen sämtliche Feiern. Da gibt es kleine Geschenke. Ich koche mit Leib und Seele, dass sich die Leute wohlfühlen bei uns. Egal ob Familien, Firmen oder Weihnachtsfeier, die Spallerhofdiele ist für jeden Anlass das richtige Lokal. Ob Gansl essen oder Ritte essen, wir sorgen für euer leibliches Wohl, damit ihr zufrieden seid. Die erfahrenen Wirtsleute begeistern nicht nur mit kulinarischen Schmankerlen aus der Küche, sondern auch mit ihrer Herzlichkeit. Also man kommt hierher, man weiß, man kriegt eine gute Hausmannskost, traditionelle Art und man fühlt sich einfach wohl. Es ist für jung und für alt, einfach gemütlich. Ich feiere meinen Geburtstag in der Spallerhofdiele und wir freuen uns schon richtig auf unsere Frauen. Geöffnet ist die Spallerhofdiele von Dienstag bis Samstag von 9 bis 24 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 15 Uhr sowie von 17.30 bis 21.30 Uhr. Übrigens, jeden zweiten Samstag im Monat gibt es auf Vorbestellung Ripperl-Essen in der Spallerhofdiele.